Eine sanierte 3-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Köln. Das im Jahr 2004 erbaute Mehrparteienhaus wurde 2014 saniert. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer sowie ein Badezimmer. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 95 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschoss-Wohnung auf 1200 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017